1 zu 1 unentschieden in Mainz gegen Mainz. Dafür habt ihr viele Siege holen können. Diesmal eben nur in Anführungsstrichen das Unentschieden. Warum hat es diesmal nicht geklappt? Ja, ich denke, dass wir insgesamt eine sehr wilde erste Halbzeit gesehen haben mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Wir haben uns eine Halbzeit vorgenommen gehabt. Das Spiel ist ein bisschen mehr zu kontrollieren. Das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Wir hatten lange Ballschafetten-Phasen, konnten die allerdings dann nicht so zielstrebig ins letzte Drittel fortsetzen. Dementsprechend recht chancenarme zweite Halbzeit. Ich glaube, dass es insgesamt ein gutes Regionalligaspiel war von beiden Teams. Und dementsprechend nehmen wir auch den Punkt dann mit. Die Mainzer Ultras der ersten Mannschaft waren ja da. Und ich würde behaupten, die haben auch für ordentlich Stimmung gesorgt. Wie war das so für euch? Weißt du, wie ist das Team denn damit umgegangen? Unser Team, sage ich mal, normal. Natürlich macht es Spaß, vor so einer großen Kulisse zu spielen. Man muss aber auch dazu sagen, dass von uns richtig, richtig viele Fans mit waren. Es war ich wieder ein super Support. Auch das macht riesig Spaß zu sehen. Also unabhängig davon, was jetzt Mainz veranstaltet hat, war das von unseren Fans auch großes Kino. Und dementsprechend hat die Stimmung natürlich auch dem Spiel gut getan. Am Samstag geht es ja weiter, nämlich gegen den Barlinger SC. Es wird ein Heimspiel sein. Auf was wird es da ankommen? Ja, es wird sicherlich ein anderes Spiel, als jetzt gegen Mainz noch der Fall war. Wir müssen gucken, dass wir natürlich, aber es geht Barling genauso, jetzt am Ende der englischen Woche trotzdem maximal frisch versuchen, auf dem Platz zu sein. Dementsprechend müssen wir jetzt gut regenerieren in den Tagen und uns auch gut vorbereiten auf das Spiel. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir gegen den Ball kompakt stehen, wenig zulassen. Barling hat eine hohe spielerische Qualität, auch gepaart mit einer guten Physis. Und müssen dann selber uns mehr Chancen erarbeiten, als jetzt noch gegen Mainz der Fall war. Und dort natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, selber Tore zu erzielen. Dann Dein Tipp für das Gespräch und viel Erfolg euch dabei. Danke. Ja, gut, Giorgio. 1 zu 1 unentschieden in Mainz. Für dich war es ein Ausflug an die alte Wirkungsstätte, denn du bist ja Mainz groß geworden. Wie war denn das Wiedersehen? Schön. Also waren nicht mehr viele Spieler da, die ich kenne. Aber einer war noch da und Dominik Czelenitz hat mich gefreut. Und das Spiel war auch okay. Ja, jetzt hast du es ja schon angesprochen. Das Spiel war ja ganz okay, vor allem auch für dich, würde ich behaupten. Denn du hast ja einen Assist in Form einer Ecke sammeln können. Wie schön war es denn für dich, der Mannschaft beim Tor sammeln zu können? Vielleicht vor allem Kass beim Kampf um die Torjägerkrone? Schön. Generell freut es mich immer, der Mannschaft zu helfen, wer es mit einem Tor, Assist oder generell einfach im Spiel. Und für Kass freut es mich natürlich noch mehr. Wir hoffen alle, dass er Torstützkönig wird diese Saison, weil er macht eine überragende Saison. Ihr seid ja seit fünf Partien umgeschlagen. Wie wichtig ist es, dass diese Serie jetzt am kommenden Samstag, nämlich beim Heinrich gegen den Balinger SC, nicht reißt? Was heißt wichtig, dass es nicht reißt? Wir hoffen, dass wir trotzdem gewinnen. Wir werden wieder alles auf den Platz bringen, was wir können. Und ich glaube, keiner von uns will verlieren. Wir wollen immer alle gewinnen. Und wir werden alles dafür tun. Dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei und danke dir für das Gespräch. Danke. Ja, gute Noah. 1 zu 1 unentschieden in Mainz gegen Mainz. Es war ja ordentlich Betrieb, was die Fanränge angeht. Denn die Mainzer Ultras waren dabei. Denn die erste Mannschaft hat ja kein Spiel an den Tag. Die haben auch ordentlich Stimmung besorgt. War das irgendwie ein Nachteil? Wie seid ihr damit umgegangen? Gute Nachteil würde ich nicht sagen. Wir haben schon Erfahrungen gemacht mit stimmgewaltigen Fans. Und ich denke, wenn dann ist es eher für die jungen Spieler der zweiten Mannschaft ein Nachteil, die das nicht so kennen. Mich hat es gefreut. Mich freut es immer, wenn Fans da sind, wenn es lautstark ist. Wenn es den Charakter eines Fußballspiels hat. Ja, wie schon gesagt, 1 zu 1 ging es aus. Seid ihr denn zufrieden mit dem Punkt? Ich denke, am Ende war es leistungsgerecht, das Unentschieden. Ich persönlich denke, wir haben am Ende wahrscheinlich mehr auf Sieg gespielt als Mainz. Mit dem nötigen Spielglück, das wir in den letzten Wochen unbestritten hatten, wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, dann noch den Nucky Punch zu setzen. Am Ende aber, wie gesagt, leistungsgerecht. Ja, mehr auf Sieg gespielt. Das hat ja auch fast geklappt. Denn du hast ja quasi ein Tor geschossen, Kopfball-Jong, um genau zu sein. Wurde dann aber als Abseitsstellung erkannt. Und erste Frage, war es denn wirklich Abseits? Und direkt hinterher, wie ärgerlich ist es, dass es eben Abseits war? Im Spiel selber war ich mir sicher, es ist kein Abseits. Ich habe es jetzt gerade ungefähr 10 Mal nochmal ein Video angeschaut. Und muss sagen, wahrscheinlich war es knapp im Abseits. Ja, es ist natürlich ärgerlich. Ich hätte mich gefreut, endlich zu treffen und den Knoten ein bisschen platzen zu lassen. Ja, aber jetzt ist Samstag wieder die nächste Gelegenheit und dann werde ich da einen machen. Dann wünsche ich dir doch dabei viel Erfolg und danke dir für die Analyse. Gerne.